Was ist das? Äh, so, das ist dann Teil 2 davon. Haben wir überhaupt jemanden dabei, der das mitmacht? Äh, haben Tauro. Gut, gut, gut. Wie war denn das nochmal? Zum nächsten See, wo muss ein Bad laufen? Okay, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Kommen wir, glaube ich, eh nur rüber. Oh, was war das mit den Fröschen? Genau. Lalalalala. Sie sehen aus wie die Weingummifrösche. Äh, gut, jetzt wären wir quasi, glaube ich, eh nur auf der anderen Seite, ne? Oh, schon wieder diesen Affen. Sag ich ja. Die hätten wir uns auch sparen können. Na gut, dann laufen wir uns hier wieder. Warte mal, kann man da unten lang? Schade. So. Da ist ja viel gelaufen im Moment. Vielleicht schneide ich das wirklich auch so ein bisschen. Also wenn dann plötzlich Übergänge drin sind, wundert euch nicht. Juna hat dann rumgeschnippelt. Achso, da kommen wir dann zum Clubhouse. So. In der Richtung war ja jetzt nichts weiter. Du hattest jetzt uns auch nichts Neues, ne? Du hattest jetzt nur das Mädels und so. Wer braucht denn schon Mädels nehmen? So. Sag's auf. So. Äh, hier rüber. Ham-Ham Spezialangriff. Ham-Ham Finisher. In Schnellvariante. Das mit dem Eremiten. Okay. Hier war nur der Typ mit dem Apfel. Der uns aber nicht da spazieren geht in die Höhle lässt oder was auch da ist. Hier die beiden. Hier die beiden. Hier der mit dem Buch. Hier ein Summenblumenkern. Ja, 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 ich weiß, das kann ein Boss machen. Das brauchst du mir nicht anzeigen. Wer warst du jetzt? Achso. Der uns mal sagt, dass es da rüber geht zum Kiesel, 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 Kiesel oder irgendwas. So, hier war ja nichts weiter. Kann das Boss machen? Nee, hier kann man irgendwie noch gar nichts machen mit dem Fass, ne? Merkwürdig. So, du heulst noch von dir irgendwie noch gar keinen gefunden von deinen Leuten. Merkwürdig. Seerusenlauf. Jetzt vielleicht haben wir hier mal einen. Ja, hab ich mir gedacht. Ui, ui. Bewegen. Und hübsi. Lauf über die Blätter auf die andere Seite. Perfektes Timing ist aber wichtig. Drück mit zum Mac-Gewähren. Okay. Oh je. Was war das denn? Ich hab da nur rüber gedrückt. Warum läuft denn die weiter? Ich hab nur noch einmal gedrückt. Ach je. Ja, aber von hier aus kann ich dann auch nichts weiter machen, ne? Nee, das ist nämlich Wasser. Das sieht zwar aus, als könnte man da drauf laufen, aber ist Wasser. Oh, wollte ich gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, 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 da. Ähm. Kommen die sich dann irgendwann mal irgendwie so, dass sie sich treffen? Danke. Boah, also aber was auf Zeitwendiges. Auf Zeitwendiges. Ich glaube, das Blatt von da unten kommt dann hier hoch oder so. Wenn ich das richtig gesehen hab. So. So. Da, 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 da. Dit, 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 dit. Okay. Huh, Schweingart. Das war scharf. Ich glaube, das von da drüben kommt jetzt gleich dann rüber. Okay, und das trifft sich dann mit dem. Gut. Auf dem Rückweg. Oder auch nicht? Oder doch? Jetzt müsste es sich eigentlich gleich treffen. Oder auch nicht? Oder auch doch? Oder auch nicht? Jetzt. Juhu. Wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Hat ja auch lange genug gedauert. Yuppidu. Ja, also fein gemacht. Aber schon feige von den Jungs und sowas. Ein kleines Mädchen überschicken. Hier, geh du mal, Yuppidu. Sieht so wie du klar. Ach, jetzt sind wir hier. Jetzt ist die Ruhe eingekehrt. Kann ich endlich mein Bild machen? Toll. Weil, dass du so schöne Bilder malst findest du. Ich könnte es auch euch geben, aber... Ich hab's. Kennt ihr den Sticker gemietet? Das ist ein mysteriöser Hamster. Den man nur selten sieht. Aber wenn ihr mir seinen Ragramm bringt, dann können wir tauschen. Okay, verstehe ich schon. Müssen wir uns merken. Oh Gott, hier sieht's aus. Das ist doch ideal für... So, jetzt geht's. Oder? Ja, aber wie kann ich das denn, dass ich das machen kann? Wo muss ich da hinten eins von diesen Häufchen hier... Äh... Äh... Äh, 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 äh... Hupi-du-di-putz-fee. Weil das hier kann ich ja irgendwie nicht machen. Also ich kann's nicht auslösen. Warum muss ich von unten kommen? So vielleicht? Ah, jetzt. Ja. Jetzt lass mich gerade. Jetzt haben wir den... Panda. Panda vielleicht? Äh. Ich sag ja, dafür hätten wir Panda gebraucht. Äh, ja. Ähm, gut. Ich sag ja, das ist eine reine Lauferei, weil man nicht weiß, wen braucht man. Ja, nee, wir können's nicht, weil wir die falschen Hamhams dabei haben. Weil man ja nie weiß, welchen Hamham wir brauchen. Bestimmt Panda oder sowas. Oh, da war so ein Blumenkernchen. Der labert immer noch das gleiche, ne? Gut, ähm, nein, wollte ich nicht. So. Gut, ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Und, ähm, mal gucken, wie ich das am besten dann weiter aufnehme, weil es halt auch viel Gelaufe ist. Naja, wir haben die Seelgrosen-Typi da oben noch. Kann das jetzt einer von denen machen? Ähm. Nein, 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 nein. Okay. Ja, wir genießen das Schauspiel. Du mit der Brille, ich zähle auf dich. Äh, das Muster meines Fels sieht so aus wie eine Brille. Ach, vergiss es einfach, ich gebe mein Bestes. Ja, ja. Cursor bewegen und Cursor schneller bewegen und bestätigen. Okay, Tipps. Tipps. Es werden dir drei Fische gezeigt, die du innerhalb der vorgegangenen Zeit finden musst. Jeder Fisch wird dann neben dem Hamster und dem gezeigt. Okay. Ach, ach, ich habe noch gar nicht Ja gedrückt. Merken. Äh. Gut, dann war es der da oben. Oder? Gut, gut, ich habe schon verstanden. Jetzt aber der. Äh, der. So, und warum konnten das die anderen nicht machen? Fluxo hätte das auch hingekriegt. Oder nicht? Ich rieche mich da. Hm. Super, toll, selbst ich verwechsel sie. Vielen Dank. Ja, toll. Gut, aber wie kommen wir jetzt da oben an dieses verdammte Dingens? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Ist das doch drüben nicht die seltene? Ne, ich will diese Kalki, aber wie komme ich denn hier ran? Was ist die anderen suchen mich? Aber ich will die essen. Ich könnte eigentlich hier links, irgendwo von oben... Ich will die Kalki. Ich will diesen Vogel! Ich kapier's nicht. Ihr Vogel lehrt mich echt viel blöd. Vielleicht bin ich sie auch. Na gut, ich werde jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause machen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir versuchen, hier weiter diese anderen Sängerviecher zu finden. Und, ähm, von dem armen Kleinen hier, von dem kleinen Mini-Ham-Taro. So fast so, ne? Ach, geht doch mal an die Seite, Leute. Geht doch mal weg. So fast, ne? Könnte doch ein Mini-Ham-Taro von mir sein. So, Baby von Juh und Ham-Taro oder was weiß ich. Kleiner Bruder. Na ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal und have a nice day, meine Lieben. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü